Leute, warum war ich eigentlich so lange ruhig? Ich habe keine Ahnung. Beschäftigt, dafür steigst du nicht ein, ich steige hier ein, ich fahre hier rum, scheiß Sniper da. Nichts servt auf mich zu schießen. Immer zwei auf einen, ey. Aber jetzt wird es mal Zeit hier, los. Fahne, los. Ah ja, fahrt ihr mal. Das kann nicht jeder. Shit. Boah, wo kamen die denn alle her auf einmal, ey? Was willst du denn von mir, Listener? Affe. Was ist... Ja, und? Still no skill. Ach, realisch. Ach, realisch. Ach, realisch. Ach, realisch. Ach, realisch. Ja. Ja. Wo sind sie? Oh. 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 Ahn. Spack dich doch mal nicht hier um den Laternenpfahl rum. Lass mich in Ruhe. Geh bloß weg. Blöder Sniper. Blöder Sniper. Blöder Sniper. Blöder Sniper. Blöder Sniper. Ops, Spacken. Wir sind eigentlich von unseren ganzen Autos schon wieder hin, frage ich mich hier. Was? Wie heißt der Ende der Waldfee? Tatsächlich Waldfee. Ja. Irgendwann mal habe ich die bekommen bei, war das Halloween? Ich glaube Halloween war es. Ich weiß nicht mehr genau. Ich glaube hier die ganzen Tonics her. 185 Dinger hier. Ich weiß nicht, wie heißen sie. Vergessen. So. Packen wir uns hier nochmal hoch. In die Ecke, glaube ich. Ja, hat gut geklappt. Ja. Ach komm. Ich geh mal in den Händen hin. Besser. Wenn da jetzt nicht gerade einer runterkommt. Ja. Genau. Ja. No. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Das hat sie abgehauen. Guck dir an. Was? Was? Was verdammt für den Schatten? Boah. Ich sehe schon Sachen, die gar nicht mehr da sind. Oh, die Walte. Mal schöne Typen überfahren, glaube ich. Shit. Ja, natürlich kommen da wieder zwei. Ach, immer dasselbe. Und wieder am Arsch der Welt. Wieso schmeißt die mich nicht mehr auf den Balkon raus, ey? Das ist ja echt ein tolles Spiel. Wir haben denen ihre Flagge, die haben unsere Flagge. Woher beginnt denn da eigentlich? Hm? Wie, die enemy ist der Urlaub Flag? Ist ja wieder so ein Sniper am rumfliegen, ja? Oh, guck mal da. Och. Ich war gerade hier, wenn ich so schön dran bin, ey. Ich muss ja erinnern. Komm, 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 komm. Ach. Nein. Och. Ja. Ich seh nix mehr hier. Tja, tja, so ist es. Sobald ich mich da versuche hochzubacken und überhaupt nicht drauf hab. Überhaupt nicht hinkrieg. Siehst, bei anderen haben die einen Schuss, dann sind die weg. Ich krieg ihn nicht gebacken. Guck mal, da kommt doch einer. Guck mal hier, Pass. Ist der doof. Kann so blöd sein. Guck mal, wo geht der jetzt hin? 1,36. Geht ja nix mehr. Oh. Aber jetzt stehe ich eh einer von hinten. Ja, dann fahr so gleich. Zwei Stück. Ja, 3,5 Sekunden. Meinst du, ich renne jetzt nochmal hier oder was? Nix. Fahr. Mann. 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 19. Und ganz schön. Ja. Ja, komm, pack dich. Warte, was denn jetzt? Ne. Ja, toll, ey. Habt ihr ja, packt sich das Auto rein. Ja, toll. 3, 2, 1. Gut, Leute. Defeat. Ich frage mich, warum. Verstehe ich nicht. Naja, gut, Leute. Soll es mal gewesen sein. Eine gute Runde. Oder eine okay Runde für mich zumindest. Die zweite war nicht so dolle. Irgendwann abgekackt. Okay, das soll es gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.